Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen jetzt heute Peefe, also ich und Nilsmar01 zocken Terraria. Genau, richtig. Wir müssen wissen, unsere Charaktere sind auf Zoff gestellt und die Welt ist auf, ähm, wie heißt das Hard? Hard, ja, Hard. Au! Wir spielen Ping Pong mit dem Schleim, komm! Man benutzt, wenn ich das Schwert. Gute Frage. Achs hat mir das Style. Das einzige Problem ist hier, mit dem Draufjoiner haben wir jetzt schon den halben Tag verschwendet, wir haben noch keine Base aufgebaut. Das wird jetzt lustig, mit dem Mobs auf Harz, komplett ohne Ausrüstung, doch freu ich mich schon. Warte, fuck, warum krieg ich... Ah, endlich hab ich schon einen Drecksbaum hier, fertig. Die hohen Bäume dauern besonders lange. Loll, was hab ich hier bekommen? Also ihr müsst wissen, ich bin jetzt grad frisch neu mit dem Update, dass jetzt der Tag an dem das 1.4er Update erschienen ist. Ich hab ne Werkbank erbaut. Sehr gut. Mach ich auch schon mal ne gerade Fläche, wo wir uns aussetzen können. Gut, nice. Achso, du gehst eins runter? Ja, dann ist jetzt hier ne I, ne? Dann hör ich mal wieder deine Werkbank mit. Wie konnte ich die Werkbank nochmal mitnehmen? Äh, mit Stopp. Irgendwie mit der Spitzhacke abbauen, oder? Ja. Also Axt funktioniert nicht. Ja, mit der Spitzhacke. Ja, hab's so. Soll ich dann schon mal anfangen zu bauen? Äh, ja, bau mal das so'n Holz aus. Am besten, am besten startest du mit der Tür. Oder? Nee. Ich stimmt, du kannst gar nicht so Türen platzieren. Lass mich, bau mal nur die Werkbank. Alles klar, warte, ich bau die Werkbank. Wo setzen wir die hin? Einfach, setz sie einfach irgendwo. Wir haben ein Zeitlimit. Ähm. Ähm. Dann... Du hast recht. Ähm. Die Tür kann ich bauen, theoretisch? Ja, der muss da... Oder? So, guck, ich muss das Holz hier mit der Axt abbauen. Ähm. Warte, ich bau hin. Achso, hast du auch schon. Ich hab schon zwei Türen. Hast du jetzt auch welche gemacht? Ja, ich hab eine gemacht. Stell die mal hier hin. Nee, die kann man nicht einfach... Nee, ich kann die nicht hinstellen. Die kann man nicht einfach so platzieren. Man muss die erstmal hier so komplett... Achso, wir bauen nur so klein? Okay. Ja, fürs Erste. Oder? Komm. Kannst du auch direkt mal erweitern. Sprich eigentlich nichts dagegen. Machen wir... Gehen wir mal direkt groß. Alter, warum sind die Dinger bei mir halb unsichtbar? WTF, bei mir sind hier die Blöcke halb unsichtbar. Wobei, ich würd schon anfangen jetzt hier mehrere Zimmer zu bauen. Ähm. Zählen wir mal ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kannst du mir vielleicht eine Tür droppen? Jo, warte, Marsch. Zehn, dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Nein. Vielleicht ist es auch nicht gut, das jetzt unbedingt so niedrig zu halten. Äh. Warte mal. Ja, wir kriegen ein Problem mit dem Zeitlimit. Ähm. Ich würd generell nochmal das alles abbauen und nochmal höher platzieren. Nämlich ne Dreierdecke ist nämlich ungünstig. Ja, das stimmt. Vier oder Fünfer? Äh, du bist halt Chef. Äh, ich mach mal ne... Wie hoch kann man springen? Okay. Mal, mal, mal. Also ich bin im blauen Team, will ich grad mal festhalten. Ich mach mal ne Fünfer, komm. Wollen wir in keinem Putz-Team, Putz-Haus weilen. Pace, Video, Kurser, Gestörungen... Ah, egal. Also wir müssen vielleicht wissen, wie weit wir, wie viele Terraria-Erfahrungen wir schon haben. Das ist ziemlich unterschiedlich. Ich hab schon Terraria tatsächlich, ähm, Januar und Februar durchgespielt. Und mit durchgespielt meine ich alle Steam-Achievements. Ja, ich hab ein bisschen hart gesuchtet. Ich hab's halt angefangen. Mich hat's irgendwann leider nicht mehr gepackt. Ich probier's jetzt nochmal neu mit dem Update. Und ich bin mal gespannt, ob's mir dann wieder ein bisschen mehr Spaß zubereitet. Dann kannst du vielleicht schon mal die unterm Deckenteil abbauen. Abbaun? Marsch. Könnte unser Typie bitte mal hier rein ins Haus kommen? Ja, das macht er. Ne, der geht nicht automatisch ins Haus rein, weil er das Haus auch nicht als Haus erkennt. Ja, stimmt. Da fehlt ja noch einiges. Ja, wir müssen noch hier Untergrundwände platzieren. Nicht nur das. Und wir müssen Fackeln platzieren. Und noch was, mein Freund. Stühle. Ja, stimmt. Stuhl und Tisch. Größer als 303 müsste eigentlich das Haus nicht sein. Auch schön, dass ich instinktiv zu viel gebaut habe. Äh, soll ich unserem Typen mal Stuhl und Tisch bauen? Ja, mach das. Stimmt, ein Lagerfeuer wäre auch vielleicht nicht schlecht. Wobei ich meine, wenn wir so viel Holz haben. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Stuhl. Der Stuhl war auf jeden Fall wichtig. Und der Tisch auch, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber ich meine, die Workbench würde schon als Tisch zählen. Ja, gut. Aber da wollte ich, äh, wie heißt das? Hauptquartier für uns einlisten. Wobei ich jetzt kein Problem daran sehe, die NPCs und Hauptquartier für uns zu trennen. Ich würde generell sagen, dass wir einen Keller bauen, wo wir hausen. Und alles an der Oberfläche sind nur NPCs und wir Keller. Ja, gut. Wir kriegen eh Platzprobleme im späteren Spielverlauf, glaub mir. Das stimmt. Dann mach ich jetzt hier nochmal drei Türen. Ausrüstung, Behausung. Alter, hast du die reingelassen? Oh mein Gott, die machen viel zu viel Damage. Ach, schnell dich. Au. Alter. Als hab ich getötet worden bin. Nein. Drescheid. Ich glaub wir haben ein kleines Problemchen. Ja, die Respawn-Zeit ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Jupp. Und an unserer Tür klopft ein Zombie. Das bereitet mir generelle... Haben wir schon wirklich Türen gemacht hier an der Stelle. Da muss doch keine sein. Ich kann's dir nicht sagen. Loll. Zwei Hits. Lass dich von so nem scheiß Zombie bitte nicht erwischen. Ich frag mich schon drauf, ob der Susan macht. Äh. Ich glaub das ist das Problem dann, dass wir grad auf Hart spielen und wir noch null vorbereitet sind. Ich hab gar nix. Äh. Äh. Das wird schon hinhauen. Immer positiv denken. Ja. Mein weiteres Problem ist, dass ich die Mobs nicht sehen kann, weil die halb durchsichtig ist mit der Wand. Was ist halb durchsichtig? Das hat mich schon leicht abfuckt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaub nicht halb durchsichtig. Also bei mir ist das komplette untere Stockwerk halb unsichtbar. Hä? Hast du da ne Map? Oder... Ich hab irgendwie nen Hintergrund. Keine Ahnung wieso. Bei mir ist dahinter ne Höhle. Ist da vielleicht ne Karte? Geh mal bei... Drück mal Escape und dann bei Karte dann das... Das oben rechts dann die zweite Karteneinstellung. Ja, dat war die Map. Oh, dank. Oder die dritte. Dann hast du da ne Map die ganze Zeit da so eingeblendet. Das macht mehr Sinn. Oh, Junge. Okay, wir haben unten Zombies im Haus. Ja, ich muss mich rein. Yo. Alter. Leichte Probleme zu Start. Und dann willst du mich eigentlich komplett verarschen? Dämliche Spawn-Trap, ne? Ist so dämlich. Also sonst reg ich mich ja darüber auf, wenn mich jemand bei COD Spawn trappt. Aber das find ich ja noch schlimmer. Vor allem unser NPC-Typi, der wird gleich auch sterben. Jo. Aber ich glaub der Respawn natürlich nicht recht ernst, ne? Ja, aber das wird erstmal ein bisschen brauchen. Also du hast schon recht, der tut Respawnen. Spawnen. Aber unser Typi räumt hier mal auf. Alter. Also. Hätte ich vielleicht irgendwas für Fernkampf? Okay. Ich würd hier gern langsam mal... Okay. Dankeschön dafür. So. Gut. Warum ist hier alles so dunkel auf einmal? Weil wir ja so oft gestorben waren, weil es Mitternacht ist. Ist irgendeine Tür auf? Äh. Die Bitter. Ja, die Mops. Hatte uns... Hatte uns ein Mail... Ne, das sind die Mops. Ich glaub man, die Mops können auch Türen öffnen. Ähm. Alter. Kleines Problem. Und unser... Freund steht um drin, oder wat? Äh. Da bist du dat. Das bin ich. Nein, jetzt fahr ich die irgendwo hin. Ja, vielleicht nett, wenn vielleicht alle aus einer Seite kommen würden. Das wär... So etwas wie sozial. Ich bin dafür, dass die Mops einfach... Aber die Mops, die gehen weg. Die Mops sind weg. Die Mops sind weg. Die kommen wieder, mein Freund. Okay. Brauch mehr Holz. Also ich hab gleich mal ne Wand fertig gebaut. Ich hab mal ne Fackel aufgestellt. Ja. Nur Fackel an sich reicht nicht aus, um Mops vom Spawn zu hindern. Ja, dat ist mir bewusst. Aber damit man überhaupt mal was zieht. Und unsere Tür steht wieder offen. Klar! Komm rein, Zombie! Warum ist jetzt hier alles schon wieder so dämlich dunkel? Zu oft gestorben wahrscheinlich. Äh, ist da eine Brille ausgelöst worden? Ne, das war ein Grabstein. Oder ist das irgendwas Hard Mode spezifisch? Ist das mal, wenn man zu oft an einer Stelle stirbt, dass dann... Dunkelheit kommt. Alter! Das will ich doch wenigstens länger als 3 Sekunden überleben. Äh, ich probier mal hier ein bisschen Abstand zu holen. Ähm, ja. Danke dafür. Achtung, die Zombies kommen wieder. Mein Grabstein hat grad Dings geöffnet. War natürlich doof, dass wir mit den Voreinstellungen so lange gebraucht haben. Ja, dann werden wir ein bisschen... Ah, das bist du. Ähm. Ja, das bin ich. Als ob die mich... Als ob die mich durchschauen, wenn ich springe. Können wir sie auf Abstand halten? Äh, nicht wirklich. Ich glaube fast schon, dass die Axt effektiver ist als... Ja, hab ich langsam auch das Gefühl. Ja, das Ding halt ist halt... Der Schwert macht zwar mehr Damage, aber die Axt hat ne größere Range. Die sind weg? Ne, die kommen wieder. Ich hab die halt nur nach links gelockt und jetzt kommen die wieder nach rechts. Stell mal vielleicht... Mach mal vielleicht hinzu. Alter, wie viel Damage der einen macht. Willst du mich verarschen? Hard-Mod war eine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob das an Hard-Mod liegt. Ich glaub, es eher weniger mittlerweile. Alter, geh doch in die Richtung. Alter. Also du musst halt... Also es ist halt schon so, dass die Mops auf Hard-Mode mehr Damage machen. Ansonsten würden wir ein bisschen länger überleben. Ganz kleines bisschen. Könntest du mal da drauf... Dings wegmachen. Ach ne. Wie lange dauert die Nacht? Ich glaub sogar, dass sie mittlerweile fast vorbei ist. Aber wir einfach in diesem dämlichen dunklen Gebiet sind, wo wir oft gestorben sind. Vielleicht wär's das ein bisschen einfacher, wenn... Die vielleicht mal sterben würden und ich nicht... 3 mit 3 Hits down wär? Ja, richtig. Ich find auch das Ei wieder toll, was hier unten bei uns drin ist. Was ist das denn hier für'n... Dieser Tricksack. Der hat viel zu viel HP. Steckt viel zu viel ein. Ja, es ist mittlerweile... Ein bisschen... Tageslicht vorhanden. Ähm... Könntest du die Zombies mal ein bisschen weiter wegholen? Ja. Nein, jetzt kommen die wieder. Klick Spam! Ich weiß nicht, ob wir Mobs aufhören zu... Oh! Loot! Warte, ich hab den ersten Loot! Nein, ich... 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 Ich hab gleich die Zombies in unserem Haus weg. Okay, ich... Ich versuch von einem OP-Zombie zu... Weg zu rennen. Weiß ich ob... Ob das... Ob das mich jetzt noch verfolgt? Also zwei sind... Also einer ist fast komplett down... Und zwei sind gut damaged... Und der eine ist halt fast noch komplett healed. Fühl mich hier leicht wie auf'n Friedhof, will ich grad mal anmerken. Ja... Wir wollen nur noch einer. Ich versuch... Ich versuch von dem weg zu rennen. Ich kann nicht sprinten. Oder? Ich glaub der ist jetzt weg. Ja, da kommen neue OP-Monster, keine Angst. Ich räum mal grad unser Zimmer auf. Haben wir so Gelee-Zeugs getroppt bekommen von Slides, wo wir Fackeln machen können? Ja, hab ich. Ach... Al... Ja, hallo. Das sind... Gespenst. Sind das die, die spawnen, weil... Wir hier in diesem... Zu oft gestorbenen Gebiet sind. Aber wieso wird denn dann das Spiel schwerer, wenn man oft stirbt? Sollts ja nicht einfacher werden? Eigentlich ja. Ich meine ja nur. Ja, wow, danke dafür. Ich will aus diesem Gebiet hier raus. Also ich weiß nicht, ob das Hard-Mode spezifisch ist. Ich gehe davon aus, dass es Hard-Mode spezifisch ist. Das wäre hauptworte absolut grauenhafte Idee. Ich sag's schon jetzt. Sollen wir woanders da hingehen? Und da auf dich mal ein Haus zusammenbauen? Ich sag's mal so wie es ist. Wenn wir da auch oft sterben, was wir tun werden, dann bringt uns das im Endeffekt recht wenig. Ja gut, es macht aber mehr Sinn, als hier zu bleiben, wo wir noch mehr dauerhaft sterben. Und da sehe ich das falsch. Naja. So ein Haus am Spawn hat eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Ähm. Eigentlich. Ich weiß nicht, dass es jetzt symmetrisch ist. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Das hier kaputt. Wollen wir vielleicht die Grabsteine weg? Vielleicht können wir da durch dieses Gebiet hier. Ach, vielleicht spawnen die Gespenster, wenn da zu viele Grabsteine sind. Vielleicht wird's dann auch aufhören, da so dunkel zu sein. Ja. Es wird schon mal heller. Es wird heller. Ok, dann müssen wir einfach immer nur dafür sorgen, dass wir hier keinen Haufen an Grabsteine haben. Ja. Sag das mal so einfach. Gleich mein Inventar von der Grabsteine. Ja, meins ich auch schon jetzt. So können wir die ganz gut in Schach halten auch. Jetzt kommt da noch ein anderer von der anderen Seite. Hauptsache das ist ein OP fiesch, aber das hat nur noch 5 AP. Jawoll, das ist weg. Könntest du mir helfen? Nein. Der Tier ist leicht, ähm, belastend. Oh. Noch ein paar wenige Grabsteine. Unser Haus ist schon so gut wie hell. Ja. Ja, ich kraft mal hier grad so gegen 3 Geister. Es wird immer heller. Ah. Nein. 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 Ist auch gut, die ist der eigentlich. Wenn sie die Hälfte des Tages mit Sterben verbringender Nacht nur an der anderen Hälfte des Tages dann mit Grabsteine entfernen dann, ähm. Ähm. Ich wünsche dir viel Spaß. Oh, das ist jetzt hier. Oh, das ist jetzt hier. Alter, Vater. Alter. Müssen das zu viele sein? Es sind 8 Stück, es sind 8 Geister. Das ist doch jetzt ernsthaft ein schlechter Scherz. Aber wenn wir häufiger sterben, als wir Grabsteine entfernen, dann haben wir ein kleines Problem. Ja, da kommt noch ein weiterer Geist. Ja, komm, Sandwich mich doch. Alter, wie viele? Alter. Verpisst euch mal. Haut ab, haut ab, haut ab. Gleich sind wir aus dem Bildschirm vorab raus geflogen. Okay. Am besten jetzt nicht zu sehr nach links gehen vielleicht die spawnen die ja gerade. Nein. Nein. Guck mal nach unten. Ich hab mir jetzt mal auf die Schnellmal-Holzrüstung gemacht. Ja, ich hab schon längst Holzrüstung an. Schalt mal hier den einen Geist auf. Aber es ist jetzt mittlerweile fast komplett hell. Das ist schonmal sehr, 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 sehr gut. Enda, da kommt noch ein zweiter Geist. Wir haben ja eigentlich schon so gut wie alles clean. Keine Ahnung, was die unten da veranstalten. Solange die nicht hochkommen, ist mir das egal. Mir reicht schon hier die zwei Geister. Die Spalte im Schacht halte grad. Und schon wieder hart Damage bekommen hab. Nein. Oh, es ist grad kein... Weil ich grad auf so ner Stufe gestorben bin, ist das... Wo es kein Krabler zieht, sondern es ist nur getroppt. Das ist schonmal auch sehr positiv. Jetzt kannst du grad meinen Krabb abbauen, oder? Ich mach's schon. Ach, nö. Jetzt hat die ganze Horde. Ähm, ja. Belastend. Komm, wir mahnen die jetzt zu zweit hier weg. Ein Geist ist gestorben. Nein, wer hat von uns beiden Cookie-Clicker gespielt? Ah, nein. Die sind alle gut gedamaged. Na, die ersten gehen down. Der Schmerz im Daumen-Ding zu... Warum im Daumen? Ach, ne, ich meinte natürlich Zeigefinger. Ich wollt grad sagen, wie hältst du die Maus? Ja, wir haben sie gleich. Die sind alle rot. Ja, ja. Ja, noch... Ja. Noch zwei. Einer. Jawoll. Danke. Nein. Wir haben ein Haus. Siehst du das auch? Siehst du das auch? Nein. Nein. Wir haben einen Besuch bekommen. Oh, wir haben eine Truhe. Löschen. 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 Die ganzen scheiß Grabmale einmal löschen. Ja? Ja. Ja. Okay. Anders hat er jetzt gleich gesentwitcht. Äh, Enda, ich hab ein kleines Problem. Äh... Was hab ich jetzt getrunken? Ich kann's dir nicht sagen, aber ich hab... Kleines Problem. Die Musik ist zu freundlich für das, was grad passiert. Nein! Nichts auf der Werkbank bin, weil ich in einer unvorteilhaften Position. Tür zu. Die können keine soweit. Ich weiß, keine Türen öffnen. Ich auch. Tür zu und zu halten. Yes. Barbon. Lass die Werkbank hier in der Mitte. Ähm... Wir werden da doch am ehesten sind. Außerdem fehlt hier noch ein Holz. So. Gut. Perfekt. Okay. Ich hab soweit ich kann ausgebaut. Ah. Ich hab soweit ich kann ausgebaut. Ähm... Oh. So. Erstmal komplette Holzrüstung. Holzbogen. Ja, dann mehr Fackeln. Ich leg mal mein ganzes Geld ab. Ja. Ich glaub das wär tatsächlich... Sind fast noch vielleicht eine Fackel? Äh... Klar. Ich hab noch 24 Fackeln gewonnen. Äh... Leg's in die Truhe. Jo. Ist gemacht. Macht eigentlich der Axt oder die Pickaxe mehr Schaden? Ähm... Die Pickaxe. Nein, ich hab die Tür abgebaut. Ich komm definitiv gleich zu dir hoch. Jetzt wird's gleich wieder Nacht. Gefällt mir nicht. So lange wir oben sind, kann uns nix passieren. Jetzt hab ich's gar nur hochspringen. Da bin ich jetzt komplett retarded. Aber ich glaub nicht, dass die durch die Luken hochspringen können. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Jetzt hätten wir mal so'ner... Ja, so'n Holzhammer. Damit ich hier meine... Crafting... Ey, Kevin ist da! So. So. Okay. Easy. Ich höre schon Kevin ein Haus zuorten. Oh! Das ist schon... Der hat schon unser Haus. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Du hast Zeit im Auge, oder? Von wegen OBS. Wir sind jetzt bei einer... fast halben Stunde. Ich würd auch sagen... dass wir gleich beenden. Jupp. Perfekt. So, sagen wir, dann achte mal schnell, dass die... Ende. Sag mir Bescheid, sobald du... beendest. Ja, was machst du grade überhaupt? Ich hab grad mal ne Truhe gelootet. Und noch ein weiteres Grab abgebaut. Sehr gut. Ähm... Hier kommt wieder ein Freund. Komm, ich kann boospammen. Hab ich auf gommahd.net gelernt. Eigenwerbung. Ich will hier kein Atem zu viel craften. Ich möchte in dein Haus. Aber ich hab hier ein kleines Problem mit nem gewissen Geist. Da kommt ein Killerbunny. Hilfe! Killerbunny? Hat sich alles angreift. Ne. Das greift Gott sei Dank noch nicht an, glaub ich. Okay, war zum Glück nur ein... ein stilistisches Mittel der Übertreibung. Ja, Mann doch. Keine Ahnung. Da muss ich einfach sein, dass ich das hier gut aussehen lasse. Das in der Mitte. Äh... Aber fürs Erste ist es wichtig, dass alles hier einen Zweck erfüllt. Auf Ästhetik... Irgendwann. Irgendwann machen wir Ästhetik. Ach, ich hab mir erst mal einen Aufweg hierhin gebaut. Ich komm sofort mal zu dir rüber. Nein, der erste... Ah, das bist du. Ja, links ist trotzdem ein Zombie, will ich grad festhalten. Mhm. Warum hab ich noch ne Werkbank? Ich mach mal, ich baue mal direkt hier. Mal direkt mal an, hier den Keller zu bauen. Ähm, ja. Wir sollten vielleicht hoch, damit wir nicht unbedingt abgemockst werden. Okay, ich hab jetzt genau ein Erde von dir aufgesammelt. Perfekt. Ähm... Weil unser Typie lässt ja die Zombies gern mal rein. Ich hab nen Kräuterbeutel. Okay. Die kommen auch Dings rein. Wir sind nirgendwo sicher, mein Freund. Und... Okay, ich hab das Geld schon mal gesaved. Direkt das Krab abbauen. Bitte. Hä? 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 Ähm... Lul, was hab ich denn aufgesammelt? Ein Zombiearm. Zwölf Nahkampfschaden. Ich hab Kräuter, mein Freund. Ich hab Würmer. Scheiße. Ich bring Würmer. Ähm... Ähm... Aber endlich hab ich jetzt mal ne... Mal ne gute Waffe hier. Ich glaube, jetzt mach ich auch endlich mal ein bisschen dick. Damage. Warum, was hast du geholt? Ein Zombiearm war halt mein Ventage. Ich glaub, das wurde getropped. Ja, guck mal, was ich hab. Ich hab den Boomerang. Ich hab nen OP Boomerang. Komm! Hast du den getropped? Oder gecrafted? Gefunden. Ah. Nein, Hilfe, mate. Mach nicht, ich auch. Okay, gut. Ja, alle Häuser sind mittlerweile bewohnbar. Gut, aber ich will jetzt auch mal an der Stelle sagen, machen wir mal Schluss mit dem Park. Ja, warte, ich... Ich muss grad noch das eine Zombie... äh, das eine Auge hier... äh... Alles klar. Gut, dann sag ich jetzt... Ich bin bereit für Ende. An der Stelle... Ciao, Leute! Genau, richtig. Ciao. Ciao, Leute! Ciao, Leute!